Jo Leute und damit willkommen zurück zu Sparks Challenge, wieder mit dem Flash-Shooter dabei! YOLO! Den Affen von nebenan! Ich weiß jetzt nicht mehr wie ich nach Hause kam. Nö? Ohne Witz nicht, ich weiß nur, dass ich hier irgendwo auf eine Insel geladet bin. Wer mich gerade verarschen? Hoffentlich ist er im Einkäupt jetzt abgestürzt. Achso, ich hab die ja gemacht, scheiße. Ich war letztens dabei, ich hab so kurzfristig abgebrochen. Ich wollte gerade Karotten und Kartoffeln noch pflanzen. Ja, gröste dich, meine Aufnahme ist mittendrin auch abgebrochen. Die gingen dann noch um die 14 oder 13 Minuten. Richtig? Ärgerlich. Oh, ich muss schon beenden und zack, 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 raus und fertig. Nee, das nicht. Die ist einfach nur abgekackt. Ganz kleine Folge gewesen. Ja, wie immer. Boah, ist das ungewohnt. Leute, er ist so ein Knallkopf, aber wirklich, ne? Knallkopf. 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 Knallfrausch, Knallfrausch, Knallfrausch. Knallfrausch, Knallfrausch, Knallfrausch. Hast du schonmal, äh, äh, vom Bein zum Plen, die diese Biome gefunden wurde, Pilze mit dran wachsen? Äh, weiß ich gerade gar nicht. Achso, warte mal, ich muss immer dem roten Pfeil vom Kompass folgen. Kompassiertes Spinauge. So, jetzt fehlt mir noch ne goldene Karotte, die muss ich mir ja sowieso noch machen. Genügend Gold haben wir ja. Ey, du bist so ein Cheater, ne? Weißt du, fang am besten jetzt vor mir an, den Zaubertrank da zu brauchen. Ach. Ähm, wie hieß das? Man muss die aber behalten, ne? Ne, also, ne, steht nur Crafte. Okay, also Crafte eine Karotte hab ich. Jetzt hab ich keinen Kugelschreiber hier. Aha. Auch hier. Und hier steht auch noch Crafte einen goldenen Apfel, den schwachen, den hab ich auch schon. Crafte eine goldene Karotte. Ja. Ähm. Da steht nichts, dass du es behaben musst. Hab ich, Folge, Folge 13. Alter. Achja, du bist jetzt eine vor mir, ich hab ja zwölfe, du hast ja eine vor aufgenommen. Oh, ne mich. Einen schwachen Apfel war aber nur mit... Und Barren. Gold. Mit Barren, ja. Kann ich auch machen. Ah, den hab ich dann inzwischen, ich hab glaube 3 auf einen Streich gehabt. Okay. Die ist die Folge, glaub ich. Nee, juck, zack. Fertig. Boah, ist das auch so. Dann haben wir auch. Hm? Bei Hex der Tasse Cloud Boots an und hier... Ja. Betroch. So. Oh, Schweine, Schweine, Schweine. Folge 13. Oh, ich hab keine Passe. Das hab ich auch. Inventa, Kohle. Brauchst dann, wie baut man denen? Weißt du das überhaupt? Ohhhh. Ich brauch... Ich glaub dafür brauchst du zum Blaze, ne? Ja, genau. Da war ja was. Und das hab ich noch nicht. Haha. Dafür muss ich erstmal die Blaze killen können. Warum kannst du das auch so? Wieso? Hä, brauchst du doch noch... brauchst du noch... Ein Dorf! Ich hab noch ein Dorf gefunden! Yay. Hoffentlich kann ich jetzt irgendwas eintauschen. Geil! Ich war ja sowieso besser beim letzten Mal. Ja, aber das Problem ist, mein einer Typ ist ja gestorben, wo ich die Melonen herbekommen wollte. Mhm. Der gibt mir Weizen. Warte mal. Wie das soll Weizen... Ach, ich schau einfach mal ganz schnell. Guck mal im Namen. Bau... Sand... Rezept. Ich bin ja zu faul und inzwischen will, Monitor anzumachen. Ja, ich hab ja. Hey, du hast einen an. Ich müsste jetzt nur meinen umstecken, das wär jetzt auch nicht so die Sache. Ähm, wie baut man den? Oh, ich hasse diese scheiß Werbung mal dazwischen, ne? Auf und zu. Ach doch, ähm. Adblocker, Adblocker. Nö. Äh, Kasterstein und eine Blazehute. Okay. Unten eine Cubblestone und in der Mitte dann Mitte Mitte Blazehut. Okay. Gut so. Ähm, ach ja, beim letzten Mal hab ich ja noch Fleisch gebraten, ein bisschen. Hast du wieder alles vorgemacht, ne? Alles vorgecheatet. Ja, ja. Ein paar Bücher hab ich gemacht. Boah, sind auch noch vier alle? Boah, nein, ey. Warte mal, wie ging das F3? Oh, nicht F4. Zack, 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 zack. Weg damit. Ich will mal noch ein Pferd holen. So, ich mach mal hier so ein Screenshot. Ähm. Ja, das ist grad dunkel, oder? Ja. Ja. Du bei dir auch? Mhm. Genau wie bei mir. Was denn Zufall? Ist grade, ja, schon etwas Nacht, aber auch meine ganzen Villager, die rasten ja aus. Hm. Muss mir noch Kühe und so besorgen. Shit. Hm. 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 Ich will da sogar... Hm. 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 Und da ist schon wieder Schnee. Oh, wie geil ist das denn? Hier eine Folge von... Wo ich bei den Dorfbewohnern war, hab ich Gruppenkuschen genannt. Oh, Gruppenkuschen. Guten Tag. Ja, ich will schlafen, komm schon. Zack, zack. Hier sind doch Bücher. Die muss ich gleich auch wegnehmen. Ja, ja. Habe ich Monsterhaupt an? Ja, dreimal kannst du raten. Ja. Ich such die ganze Zeit, warum sind die keine Monster? Ja. Komm her, tausch mit mir ins Maragd. So, ich such jetzt mal ein anderes Pferd, was ich letztes Mal noch hatte. Ist jetzt lieb. Oh. Wer von euch klönen gibt mir jetzt hier einen, äh, Melon. Weil dann habe ich nämlich schon mal zwei Pferde. Guten Tag. Die Herren. Guten Tag. Ich will keinen Apfel von dir. Äpfel habe ich. Hm. Ach nö, kein Schrankfehler. Komm schon. Oh, wollte schon sagen. Brot. Fisch. Ferti, Ferti, Ferti. Ferti, 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 Ferti. Cheater. Was? Ja, hier, wo ein Cheater ist, ne? Warum? Du. Und da rum. Nee. Boah, ist das windig grad. Kann ich ja wegschmeißen. Ach, die scheiß Wort ein Flash hier. Braucht man die für irgendwas nochmal? Nein. Äh, das war nicht das Pferd. Ich muss mal gucken, welches Pferd das war. Der gibt mir Cookies. Warte mal, wenn du mir Cookies gibst, gibst du mir was? Machst du das? Nee, der schmeißt mich runter. Mach doch mal hier Platz. Nee, das war doch das Pferd. Hier sind auch noch alles voller Kühe und so. Ey, ist das jetzt Betrug hier oder was? Gehst du jetzt mal von der Tür weg oder? Ich will doch nur raus. So, dann komm Pferd, gehen wir mal zurück. Boah, jetzt verpisse ich da. Dann sperre ich dich ein. Obwohl, warte mal, geht das eigentlich? Eigentlich kann man das ja in der Hand halten. Indem du auf dem Pferd bist und dein Kühe und so lockst. Ich glaube schon, müsste ja funktionieren. Och Pferd, du sollst nicht absteigen. Geh hoch, geh hoch. Hopp. Bewegung. Du sollst uns lauter machen, ey. Puh. Oh, da war irgendwo eine Spinne. Komm mal her. Na, Spinni. Komm, Mu. Komm, Mu. Komm, Mu. Wow, wo kommst du denn her? Komm, Schaf. Komm, komm, komm. Hey, Schaf. Au, hallo. Na, dann kommt mit. Hey, Mr. Oh, Zweigkeeper. Na, guten Tag, die Herren. Explosiver Tag heute gehabt, aua. Irgendwie ist mein Minecraft-Zorn grad so ein bisschen leise. Ja, und du bist bei mir ziemlich laut. Na, mir doch egal. Oh. Oh nein. Meine Villager kriegen was auf den Sack. Komm, Mu. Komm, komm, komm. Ja, ich muss trotzdem vor langsam gehen. Hallo, kannst du... Weil die Fischer so dämlich sind, echt. Komm, Q. Und beweg dich. Ey, wer geht mir jetzt hier mit Lohnen? Komm, ich hole euch gleich. Nein. Wir werden ja ein bisschen länger wieder aufnehmen, ne? Nein, Mini-Zombies. Die sind so richtig nervig. Hast du schon mal Mini-Zombies gehabt? Ja. Ich hab dich letztes Mal gefragt, ob die überhaupt brennen beim Licht. Nö, brennen die nicht. Bei Sonne. Ja. Ja, weil irgendwie deine Immune gegen sind. Mhm. Oh, hier ist ne Rüstung. Und ein neues Schwert. Weil ihr könnt jetzt nicht... Warum? So redest du voll leise. Ja, ist normal. Weil ich mach dir gewohnt bin, alleine zu spielen. Mhm. Ist schon gemerkt, irgendwie. Nein, gleich mit dir. So. Ausziehen. Ihhh. Absteigen. Raus hier. Nein. Jetzt bin ich auf das andere Feld gestiegen eben. Echt. Boah. Alter, sind die gemein, die Mini-Zombies. Oh nein, was gibst du jetzt? 1 Mark? Boah, hörst du das? Was? T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. Was ist das? Ich mach mal ganz kurz Fenster zu. Was ist das? Also irgendwas hat er grad getrieben. Ich hab doch gesagt, das schneit. Bei uns. Also so heftig? Ja, so heftig. Krass, Hammel. Kann man die Viecher dann füttern? Muss man direkt ins Maul halten oder was? Weiß ich nicht. Die Pferde? Keine Ahnung, ich kenn mich mit den Pferden gar nicht aus. So. Mund auf! Du gibst mir ja das. 11 Dinger für ne Diamantspilzacke, ne? Ey, jetzt will ich mal wissen, wo ich Milonen von wem krieg. Kann man die denn poppen lassen? Ich weiß das gar nicht. Weiß ich nicht. Weizen direkt ins Mund reingeben oder so? Keine Ahnung. Hab ich schon probiert mit Weizen grade. Hm. Gib du mir mal Cookies. Oder geht das mit Karotten? Weiß ich nicht. Oh, du mäßiger Schaf. Mein Gott, ne? Ich muss ja eh Karotten mitnehmen. Weizen. Na. Feindchen. Oh, der kriegt nur ne Schere, alter. Mund auf. Mund auf. Mund auf. Ja, dann steig ich aber wieder auf. Aber Enderman. Boah, ist das nervig. Wie gibt's denn jetzt hier? Das ist immer alles nervig, weißt du noch. Ne, ist aber... Jetzt tausche ich noch gegen einen hier mit Äpfeln. Da krieg ich immer noch ein Rappel. Da haben wir noch ein Schaf. Dann komm mal mit. Boah, ich hab ja ne Enderperle gehabt. Uh, nice. Okay. Und Schwarzeichenholzbretter. Gibt's aus diesem neuen Biom immer. Okay. Oh, der gibt mir nur Hühnchen. Komm. Komm Schafi, Schafi, Schafi. Schafi, Schafi, Schafi. Boah, hier gibt's leider keine Portal Gun. Oh, nein. Jetzt krieg ich nur Pfeile raus. Och, Kea. Ne, Flash? Hm. Portal Gun. Sag ich nur Gruppenkuscheln. Wirklich, das war Gruppenkuscheln. Mit den 50 Villagern. Ja, was du da gemacht hast. Ich hab's aber nur über... Kommt! Die Schafe. Oh, Mann. Macht mal ein Junges. So, das hab ich schonmal. Ja, ich würd's aber noch nicht abhaken. Hast du schonmal Hey Mr. Creeper gehört? Aua. Nö. Hey Mr. Creeper ist ganz gefährlich. Ja? Yay. Das ist doch was. Okay, es wird wieder hell. Bei mir ist das schon hell. Naja. Du bist schlafen gegangen, ne? Ja. Und außerdem hab ich ein Bett für unterwegs mit. Naja, gut. Hab ich nicht. Boah, alles voller Schafe. Willst du mich verarschen? Ich hab ja noch nicht mal Big Packs hier. Das ist ja nervig. Ich mein, das ist Hex-Hit gewöhnt. Mhm. Mal, ne? Boah. Und das sind so Cheater hier, die Skelette, ne? Oh, ne Witz. 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 Okay, ich geh jetzt nach Hause. Wenn ich keinen kriege, der mir Melonen gibt, fühl ich mich ja glatt verarscht. Hallo, Zombies. Und ich geh mal da drüben hin, ich glaub, da waren auch Schweine. Ja, passend zu dir, ne, Schweine? Ja, zumindest zu dir auch noch. Nee, ich bin kein Schwein, ich bin ein artiger, netter Mensch. Nee, glaub ich nicht. Yolo, Schweine. Hab ich denn noch? ein bisschen musik um auch noch nicht mal eine rüstung noch nicht mal komplett diamantsachen ja das habe ich auch noch nicht das wird aber in der letzten ziele sein ja auch nicht ganz der letzten ziele ist so eine drache ja das erklärt gut das ist natürlich selbstverständlich aber so diamantsachen immer zu benutzen weil es stand ja sorge immer dafür dass du diamantwerkzeuge hast deswegen vielleicht looting beziehungsweise glück auf eine normale noch zu bekommen jetzt habe ich noch zwei schafe hinter mir ist was 13 halb habe ich gerade ungefähr kommt 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 auf dem heimweg weiß wie spark das gemacht hat was einfach hier gewann das gesetzt und gezüchtet ja warum da sind sie ja ich könnte jetzt auch überall über die schafe einfangen und einmal züchten hätte ich sie auch sozusagen aber ich glaube ich mache das eher mit dem schwein die kühe sind gut für fleisch also ich habe jetzt schafe brauche ich nur noch an meinem gehege den rest habe ich schon ey ihr missfiecher seid ihr doof boah ey missfiecher oh ja ich nehme auf jeden fall ne ich nehme mir die kühe mit der schwein und so die züchte ich dann unterwegs wenn ich mal wieder welche finde aber zählt das denn wenn man die unterwegs züchtet ja wenn die im gehege sind ja gut im gehege wenn ich mal alles ran ja aber ich habe die schweine die ich unterwegs schon gefunden habe schon gekäht alle wo das was anderes und das war viel zu weit weg auch ich würde aber auch gleich sagen wenn man so auf den wecker guckt ich weiß ich sehe doch schon ich höre gleich mal ein miet miet wieder das ist gleich naja zum glück hat die welt an wenn man es geht wird leckt das na gut man sagen ja ich würde auch sagen bevor wir dann gehe ich hier raus wieder starten und dann tun wir beenden ja und bis zum nächsten mal tschüss tschüss